Willkommen zurück zu Town of Salem mit dem Creon. Guten Tag. Mit dem Giacomo. Hallo. Mit dem Blankwolf. Hallo. Mit dem Garg. Moin Moin. Und dem Alex. Und dem T0 nzt 4R. Ja, hi. Und ich bin nicht R2D2. Finde ich dir sicher? Nee. Du wärst eher C3PO. Du wärst der goldene schwule Roboter. Ja. Wie schaut's bei euch aus? Town oder Mafia? Oder Neutral? Ich bin Town. Ich auch. Wie immer. Oh, du bist in der Mafia. Auf welcher Position bist du denn? Äh, eins. Ah, ich bin der unter dir. Ah. Und Tony stinkt. So, wir werden natürlich was anderes sagen. Wir werden natürlich sagen, dass wir Sheriff sind. Und in der ersten Nacht hätten wir Apple untersucht. Wäre sie doch hier ganz eindeutig geflogen. Erstmal für den letzten. Ich hab'n Bug gerade entdeckt. Was hast du denn gefunden? Ja, es sagt mir direkt, dass ich nicht meine nächtliche Ability geused hab', obwohl die Nacht gerade angefangen hat. Das heißt, du kannst sie vielleicht nicht nutzen. Vielleicht hab' ich auch einfach gar keine. Vielleicht bist du Jailer und hast niemanden gejailt? Hey, jetzt bin ich erst mal tot. Oh, drei Leute tot, krass. Lass mich warten, Veteranen. Also, ich bin nicht am Wetter eingestorben. Oh, der Bodyguard. Warst du der Bodyguard? Nee. Du bist am Bodyguard gestorben. Hä? Achso, ich war Weed. Oh, da, die macht wirklich die Kille. Aber ein relativ guter Start, muss man sagen. Und jetzt hier Kuba, ja gut, Kuba muss natürlich angreifen. Ja, typisch Kuba, weißt du, grad die Friedensverträge unterschrieben und dann sowas. Aber es war ein guter Start für die Mafia. Ja, der Meier ist tot. So viel zu der Karte. Weißt du was, aber das ganz Schlimme ist, es sind alle Snobs außer Mutti. Ja, ich wollt grad sagen. Na ja, wenn ein Retreat da wäre, könnte er dich wiederbeleben. Ich lieb jetzt einfach, ich lieb einfach, was es war. Oh ja, mach mal. Warum hast du, warum hast du den gekillt? Hab ich noch alles. Was soll das? Hab ich nicht. Warum tötest du Menschen? Oh, das k. Hätte die Mafia nicht auf den Wett gehen können. Hätte, hätte Fahrradkette und so. Am wenigstens Gemäher geben. Oh, du wirst gehasst. Alex. Ich hätt's doch was. Ja, der schreibt ja auch, this town sucks. Mach mal den Ton ein bisschen lauter hier. Und, äh, Garg, ich hab den nicht gekillt. Ich weiß, ich hab's grad gelesen. Oha. Who can lose, soll Mafia sein, sagte Gayboy. Homo. Oh, da kam sofort das Todstockargument. He lies. Proof. Hm, doch. Dann ist es ja schon bewiesen. Guess what role I am. Er gibt ja nicht so viele zur Auswahl. What Mafia is. It's Yoda. Yoda spielt mit uns. Finde ich schön, dass Yoda mit uns spielt. Wir wählen hier mal mit. Er soll Janitor sein, sagt Gayboy. Frank lief direkt vor, ja. Bodyguard hat keinen Bock. Ja, bei so einer Town verständlich. Deswegen bin ich ja auch schon AFK. Ich drück nur ab und zu die Taste zum Pushen und Talken. Ich schwöre, wenn ich im Hintergrund irgendwie Furzgeräusche hör. Mach mal was? Das könnte fast ich sein, I swear on me mom. So, irgendwas Beste, he is lying. If I'm lying, you can kill me after him. Ich wurde jetzt einfach nur schuldig, wenn nur weil this Town sucks, sagt er, er ist innocent. Ja. Ich finde, das ist auch Beweis genug. Also, ich meine. Er hasst die Town, deswegen sagt er, bei ihm innocent. Richtig. Hm, das heißt, er müsste böse sein. Oh mein Gott. Plot twist. Wenn Doktor claimen, ich glaube, ist es besser. Doktor, nach zwei. Oh, ich hab grad mein Fenster aufgemacht, das tut so gut, kalte Luft hier reinkommen. OMG. Oder Alex? Ja. Oh, gar nichts. Hab den übertrieben dummen Mafiakollegen. Ein? 40. Ungefähr, ja. Und Alibaba. Aber die Nacht ist ja gleich vorbei. Wir haben gleich vier. Ja, einer davon ist der Alex, daher, ja. Hast du es wieder rausgenommen gehabt? Ja. Really? Und du kann, das ist tot. I am back, bitches. Tatsache, es gibt echt einen Räti. Krass. Und einen Wett. Haha. Und war er Sheriff. Haha. Nee, war er nicht, glaube ich. Ich glaube, es war Alex. Nö, das war ich nicht. Er war echt Sheriff. Er war Sheriff. Oh, damit ist der Gayboy jetzt leicht tot. War wahrscheinlich Echse. Ja, das ist der Gloryboy, oder? Ach nee, da ist ja noch jemand. Nee, der Gayboy hat doch gesagt, dass er... ... kann was Böses. Oh, der Jailer ist tot. Na toll. Letzter Wille, super. Bester Wille. Das heißt wahrscheinlich Forcerino. Und woher hätte der gewusst, dass es der Jailer ist? Vielleicht haben sie einen Konsiliere? Oder einfach so, wie er aufgetreten ist. Du kannst mich machen. Er macht er sein. Macht er sofort sein Ding ins Kirchen hier. Er sieht so aus, als müsste ich Leute töten. Finde ich gut. Oh, da Worte, ey. Und da lief da sofort der Jailer. Hallo, es könnte doch noch einen zweiten Reddreh geben. Oh, Apple-Claim-Doctor. Jetzt hast du dich echt revielt. Nachdem jemand... ... Doktor-Claim-Doctor-Claim-Do-Wielst du dich, damit du nicht mal beschützt werden kannst? Yolo. Und warum, Patch? Finde doch toll. Ich bin Doktor. Haas, maf. Finde ich gut. Wie auch immer, der das wissen will. Cheats! Alles Cheats. Ja, alles Cheats. Normal. Er ist Doktor in this. Ich habe letztens in Ranked, als gejellt wurde, einen anderen... Ähm... Wie hast du... Einen anderen Trick gehabt, der Jailer gesagt hat. ...zu mir, wie er... ...proven wollte, dass ich meine Rolle habe. Er habe mich meine Rolle rückwärts aufschreiben lassen. Oh. Das war's Neues. Oh, nett. Da war ich erstmal leicht perplex. Ich war halt Tauni in dem Moment. Ich war aber echt leicht perplex. So, oh, damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. What the fuck? Egal, ich vermisse es nicht, ey. Ich würde am liebsten zwei von unseren Mafia-Kollegen einfach reporten, wegen aktivem Game-Throwing. Ne, das ist nicht zum Lachen. Weil sie dich gevotet haben? Ne, ich spoiler jetzt einfach mal. Nein. Doch, ich spoiler jetzt einfach mal. Nein. Halt's Maul und hör zu. Nein. Das Interessante ist, ich habe gerade auf Innocent gedrückt. Und es wurde als Guilty gemacht. Finde ich cool. Ja, wahrscheinlich hast du doch nicht so auf Innocent gedrückt. Pssst. Ach, wie gehen wir jetzt? Ja, wie können wir nicht rein? Ach Gott im Himmel, ey. Der ist so dumm. Ich reporte den jetzt echt, das ist... Ich auch. Wegen aktiver Dummheit. Ne, was, der macht das schon nicht mehr dumm, das ist Game-Throwing. Oha. Ja. Unser Gottfavor ist der größte Hurensohn vor dem Herrn. Oha. Was hat seine Mutter damit zu tun? Und, äh... Unser einer, der seine Aktion dreimal ausführen kann, geht halt auf sonst irgendwen, aber nicht, äh, irgendwie wie es... Äh, ich hasse euch, Mafia. Random ist alle gut. Bedeutet, ihr seid hier? Das wirst du gleich wissen. Denn ich bin tot. Deswegen wird er es wissen. Und ich wurde nur einmal besucht. Ah, ist vorbei gewesen. Ja. Das wissen wir ja aber nicht. Äh. Ganz im Ernst. Ey, ich hab die Fresse dick. Das macht null Spaß mit so Spacken. So, jetzt fang wenigstens was mit meinem letzten Willen an. Keine Angst, bin ich schon dabei. Gut. Wie eh. Wenn es so weiter geht, reporte ich auch noch unseren GF. Versuchen wir das mal so bis zu reißen. Have fun. Invest? Definitely Invest. Ihr geht doch nicht von der... von diesem Claim weg, äh. Nachdem die Any-Rolle Confirmed Mafia ist und beide Invest-Rollen weg sind. Mhm. Also Claim. Ja, und es gibt kein Random Town. Haha. Ey, ich pack's nicht. Seiful. Wer? Neusecks, offensive language, würd ich mal sagen. War nicht einer von uns Mayor? Ja. stirbt. Irrt. Ja mit Jaco. Jaco ist ja genau. Ah, Jaco. was los ich verstehe nicht warum du jetzt auf ihn gehst du was verpasst er hat wahrscheinlich einiges verpasst wie es aussieht ist er tot ja ich glaube er ist tot und er war halt keiner von uns gesagt der bodyguard hat er geschrieben ja aber auf eine art und weise aber jetzt kann man ihn erben für sie kowski da versaut der jacko das ganze winter anstatt dass einen sicheren hinweis benutzt nein du hast keinen sicheren hinweis na klar nein du hast nur den satz das war's close das kann ein frem sein ist einer von denen die nicht besucht wurden ja aber wenn man jetzt von der rollenliste ausgeht kann er immer noch executioner und jester sein was andere glauben weil er wollte den sheriff tot sind er kann locker jester sein jetzt und das könnte es wissen die mafia weil es ein konsulierige einfach wie unser gehör hat so kein hören also jetzt wäre übrigens ich als mafia wird jetzt eindeutig den mayor töten ja eindeutig man kann ja nicht alles mitlesen kann so ich bin jetzt auch tot der veteran reingerannt ja klar war die letzten der letzte den ich irgendwie grad finden noch besuchen konnte weil das denkt jemanden zu besuchen der stirbt oder angeblich stirbt das ding ist um ist es auch das wird jetzt eine endlose runde ja so endlos nicht doch die wird endlos weil unser werter herr meyer nicht aus dem arsch kommt und woher mafia wurden so ein kollegen einfach ich tötete um sind ja und siehst du und schon ist es schon was gesagt es ist theoretisch möglich dass gay boy hat einfach wirklich jester inzwischen ist der sheriff war sein exe und das wusste die mafia und deswegen haben sie ihn geframed ist alles möglich aber glory boy ist jester und jetzt heißt es hier bei gayboy auch noch hang me i'm godfather oh man nee ey ey ich ich reporte den jetzt aber erst wenn er godfather ist die wissen ja was er ist ich mein ja unseren godfather ach soja du bist ja mafia ja das ist das dümmste was man tun kann kein investigativen räumen mehr da und er kann ja 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 die ist weg macht ja drei leute besuchen kann dann ist annie weg hallo spy claim ist das beste was man machen kann ja machen nur sterben ja so kann man es aussehen das man ist mentally handicapped spy test naja keine chance mehr versucht das einer weil er hat immer so eingeschränkt dass ich jester bin ich werde ja auch keine chance damit auf so weiter der meyer denkt mit sollen das jetzt heißen die torsten inno gehängt ja und so ein jammer machen ja hat nur schwarzen geschrieben ja doch überhaupt der bodyguard oh mein gott es ist mal ja auch gesagt really fucking really apple really was ein und englisch eirushin nur deswegen wie die tja keine chance mehr ich hoffe jetzt dass sie wirklich rum raged den meyer kill dann habe ich vielleicht noch eine chance nur zu bedienen ist ja auch noch da sehr cool wenn der nun zu bedienen es gab überraschender weise kein survivor klären bisher oder überlesen gab es nicht aber es muss einer von uns sein bisher gab es echt kaum warum muss es einer von uns sein wirklich ihr kehrt den chester geil wow diese mafia ist echt dumm ich hatte schon so einen schönen letzten bilden geschrieben mann ah mal jester vor allem wäre ich halt die person gewesen die doch irgendwie hätte helfen können vor allem warum macht bitteschön der gayboy als godfather wirklich einen auf echse das kapiere ich nicht fand echt noch jemand nach apples rolle bei spi my friends spi russian spy in town of salem ich habe keine lust mehr kann ich überhaupt nicht verstehen kann ich überhaupt nicht verstehen das ist nicht mehr witzig ich habe einfach nur keine lust mehr gayboy haben sie ins hirn geschissen und apple auch ja keine ahnung ob das jetzt richtig ist was ich geschrieben habe aber egal ich spy in point im russian das kann doch kein spy schreiben oh mein gott e-f-i-r-g-r-t-v-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i und was heißt das möchte ich jetzt hier nicht sagen und warum weißt du dass es das heißt wie gesagt ich hab da so den ein oder anderen muttersprachler ok ding 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 und der fragt halt immer noch was ist der wusste können wir ja gleich noch im bodyguard hängen okay spy planes ok das müssen sie sehen orden oft öffnen richtig richtig dann würde ich mal sagen dieses zusehen einen vireय das musste jetzt wieder hoffen ja tschö tschö tro tschö Sie sind böse.